Oh ja. Ich halte mich schon mal schussbereit. Die Freedmen zu Fall bringen in einem versteckten Safe im Studentenwohnheim. Such nach. Verdammt. Ach. Man könnte es ja auch in die andere Richtung schieben. Dann kann ich in den Käfig mal reinlitzen. Und du pass auf, dass mir hier nicht irgendwas gleich auf den Kopf knallt. So, das... wäre aber... Da hat vorhin noch was unten geblinkt und das will ich haben. Oh, noch eine Schrote. Oh. Nachladen. Oh, was haben wir denn da? Oh nein. Hallo. Geht's dir nicht gut? Oh, shit. Holy shit. What the fuck? Das finde ich halt verdammt schlechte Laune. Raus hier. Aber ganz schnell. Da könntest du schießen. Meine Fresse. Wow. Ich bin wieder voll da. Lol. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Ja, aber wir gehen noch mal in den Raum rein. Meine Fresse. Hä? Ja, hier scheint's gut zu gehen. Ich bin ganz sicher. Hier ist nicht was. Bestimmt in der Nebenkammer. Leuchtgranate. Okay, warum läuft jetzt hier so Endboss-Battle-Musik? Ist hier gleich Endfight, oder was? Obwohl, bevor wir hier weitergehen, wird noch mal abgespeichert. Sicher ist sicher. Und damit wollen wir mal weiter hier durch die Welt der Dunkelheit. Wenn ich nicht hier gerade wieder zurück latsche. Doch, ich glaube, hier latsche ich wieder zurück. Doch, hier latsche ich, denke ich mal wieder zurück. Muss man ja auch erst mal überlegen, wo man hier gewesen ist. Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist offen. Okay, wir schießen auf alles, was ich... Ich bin ganz sicher. Hier ist noch was. Ja, da ist. Hier gibt's nichts mehr für uns. Ah, ich trau dem ganzen Kladradachi trotzdem nicht. Ah, abgeschlossen. Gibt's hier keine weitere Tür? Hier gibt's nichts mehr für uns. Okay, hier gibt's nichts mehr. Das hat er bereits erwähnt. Okay, hier scheint es irgendwo noch was zu geben. Hier ist noch was. Ich weiß das. Ja, deswegen haben wir dich ja auch mit. Ich bin ganz sicher. Hier ist noch was. Okay, da ist nichts weiter. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Ja, wo? Wo? Ich guck ja schon. Ja, hier ist noch was. Monitur für Schrote. Hier gibt's nichts mehr für uns. Wunderbar. Dann geben wir jetzt noch mal die anderen Räume ab. Fangen wir hier an. Da vielleicht noch was drin ist. Probieren geht über Studieren. Wehe, hier ist ein Gegner. Hier gibt's nichts mehr für uns. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Okay, wieso hab ich da oben jetzt ein Viereck angeblendet? Hä? Ich weiß, dass es hier nichts mehr für uns gibt, aber ich brauche ja irgendwie einen Schlüssel oder sowas. Nehmen wir doch mal hier rein. Müssen wir halt alles mal einmal abgrase. Dann sehen wir's. Nein! Nein! Shit! Jetzt kann's rund gehen. Josh! Er ist dort! Ich wollte doch ein perfektes Ende! 8 Uhr notladen wir einfach gerade neu rein. So. Und diesmal gehen wir nicht erst da hinten rein. Wir gehen direkt... Ich bin ganz sicher. Hier ist noch was. Und das sammeln wir auch jetzt irgendwie ein. Jetzt machen wir auf den Rückweg. Gehen erst mal hier rein. Dann hab ich jetzt ein volles Magazin. Hier gibt's nichts mehr für uns. Hier gibt's nichts mehr für uns. Hier gibt's nichts mehr für uns. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Hä? Taschen... Was war das denn? Leuchtgranate. Cap. Schlüssel zum Lehrerzimmer. Ja! Der Hebel! Haha! Oh, I'm so great! Ich will da nicht runter. Aber ich werde es müssen. Oh, da haben wir... Munition. Okay, Pistole. Moment, das können wir doch... Ach, das teilt sich ja sowieso. Okay, gehen wir erst mal in den Raum. Gucken, was da so los ist. Kenny! Hol mich hier raus. Friedman ist auf dem Weg hierher. Ist okay, du siehst schlimm aus. Mir geht's besser, wenn ich hier raus bin. Los, beeil dich! Okay. Friedman! Oh nein! Die gött ¿Bergü? Ich фильм, du siehst du hierher. said. Oh nein! Lass mich raten, ich habe keine Waffen jetzt mehr. Hey, was ist los? Du wurdest also auch gefangen. Was ist das? Es ist alles weg. Da ist ein Bolzenschneider, den können wir gut brauchen, wenn wir endlich hier rausfinden. Ja, nur erstmal muss ich hier rauskommen. Das ist zwecklos. Ach, er kann das ja auch verwenden. So ein ganz schön langes Team. Äh, alles in Ordnung, Kenny? Ah, Kenny, was ist los? Schnell, steh auf, wir müssen hier weg. Friedman hat uns dieses Zeug gespritzt. Wenn wir Licht abbekommen, verwandeln wir uns. Keine Angst, wir finden eine Lösung. Wir haben einen Bolzenschneider. Jetzt können wir Friedmans verstecken. Die Krankenstation. Wir müssen zu Wilson. Sie gehört zu Friedman. Sie hilft uns, wir haben keine Wahl. Wir haben nur noch bis zum Sonnenaufgang. Dann sind wir erledigt. Drücke Select. Ah, Spieler von der Sporthalle. Sind ja alle hier. Mit diesem Bolzenschneider kriegen wir die großen Vorhängeschlösser auf. Ja, vor allem, da er so halb tot ist, aber... Okay, ich folge dir. Nee, nee. Los geht's. Ich nehm ihn mit. Und das ohne Waffen. Oh, da ist ne Kiste. So, wir müssen meine Sachen wieder haben. Jawoll, wir haben unser Zeugs wieder. Yeah. Ja, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Ja, jetzt sehen die alle wieder gut aus. Sportlich begabt. So. So, da war wechseln. Ach, ich muss ja erst... Ich muss ja erst... Wir machen den, wirbeiten des Kaststens silzen. Bei denen wechseln die auch, man muss ja erst den keinen Wild. Gclock-...! Wir machen den Kaststens ciutern.